Guten Abend meine Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Walter Veith, ich komme aus Afrika und für diejenigen, die neu hinzugekommen sind, ich komme aus Afrika und daher ist mein Deutsch nicht sehr gut. Also entschuldige bitte, wenn ich Fehler mache, aber ich versuche das Beste, was ich kann. Die Erde ist Zeuge, darum geht es. Und wir wollen unserem Gott die Ehre geben für alles, was hier heute Abend und in der Zukunft geschieht. Isaiah 43, Vers 7 sagt, denn ich, den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe, das ist der Ursprung des Menschen nach der Bibel. Wir sind zur Ehre Gottes geschaffen. Wir sind nicht irgendein Zufallsprodukt. Wir sind auch nicht aus irgendeinem Schlamm irgendwann mal entstanden, sondern die Bibel sagt, zur Ehre Gottes. Und er hat sie geschaffen, Mann und Frau. Evolutionistisch ein Megaproblem. Mann und Frau. Denn was da passiert, in diesem Verhältnis und in den Nachkommen, die aus diesem Verhältnis kommen, ist ein Wunder, das nicht durch die Evolution erklärt werden kann. Das hat mich schon immer erstaunt, auch als ich noch Atheist und Evolutionist war. Evolution Weekend, The Clergy Letter Project. Das sind Kleriker in der Welt. Die haben ein Dokument unterschrieben, wo sie behaupten, dass sie sich eins sehen mit der Evolutionslehre. Wir, die unterzeichneten christliche Geistliche aus vielen verschiedenen Traditionen, glauben, dass zwischen den zeitlosen Wahrheiten der Bibel und den Entdeckungen der modernen Wissenschaft kein Widerspruch besteht. Wir glauben, dass die Evolutionstheorie eine wissenschaftliche Grundwahrheit ist, die eingehende Prüfung bestanden hat und das Fundament eines Großteils des menschlichen Wissens und Fortschritts darstellt. Diese Wahrheit abzulehnen oder als eine Theorie unter vielen zu behandeln, ist ein bewusster Schritt in die wissenschaftliche Ignoranz und deren Weitergabe an unsere Kinder. Das ist leider der Stand der Dinge in der heutigen Zeit, in der wir leben. Bis zum Oktober 2008 hatten 11.730 Geistliche dieses Dokument schon unterschrieben. Das heißt, diejenigen, die eigentlich die Bibel vertreten sollen, sind diejenigen, die kapituliert haben. Es gibt jetzt in der Welt eine Evolutionswochenende. Letztes Jahr war es im Februar 2009. Ich durfte auch ein Redner sein an diesem Wochenende. Die ersten zwei jährlichen Evolutionstage waren außerordentlich erfolgreich. Und so haben sie es ausgebaut, damit dieser Gedanke, dass Gott und sein Wort mit der Wissenschaft vereinbart werden kann, geprägt wird in den Gedanken der Menschen. Jetzt eines der größten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Evolution ist Richard Dawkins. Und Richard Dawkins gehört auch an eine Organisation, die nennen sich The Brights, die Hellen, die Erleuchteten. Er ist auch Humanist und der Autor von dem Werk, der Gotteswahn, im Englischen The God Delusion. Und darin wird ungefähr der Gedanke hervorgebracht, dass man, wenn man an Gott glaubt, dann gehört man in ein voriges Zeitalter. Es gibt keinen Gott. Jetzt ich bin Richard Dawkins nicht böse, denn so wie er ist, so war ich. Und ich habe Verständnis für das, was er fühlt. Er ist so begeistert über diesen Gedanken, dass es keinen Gott gibt, dass er alles einsetzt, um Menschen von seiner Ansicht zu überzeugen. Was ist ein Heller, was ist ein Erleuchteter? Von ihrer eigenen Webseite können wir es lesen. Die Brights setzen sich aus ganz unterschiedlichen Menschen zusammen. Neben solchen, die sich als Atheisten, säkuläre Humanisten, Freidenker, Rationalisten, Naturalisten, Agnostiker, Skeptiker bezeichnen, sind viele auch mit Gruppierungen verbunden, wie ethischen Kulturisten, Pantheisten, Buddhisten, Yogis, Hexer, Transhumanisten oder Unitarier. Das ist schon ein Ding, aber jetzt wird es interessant. Teil des Mitgliederspektrums sind außerdem Juden, Katholiken, Quaker, Episkopale und andere Personen, die die kulturellen und ästhetischen Aspekte ihrer Religion beibehalten mögen, allerdings nicht deren Glaube an das Übernatürliche. Wir haben eine faszinierende Welt. Die Kleriker unterschreiben den Brief und sagen, die Wissenschaft, die Evolutionslehre ist zu vereinbaren mit dem biblischen Schöpfungsbericht. Obwohl die Bibel sagt, dass der Tod eine Ursache, eine Folge der Sünde war und die ganze Christologie abhängt von dieser Sünde, Tod, Konsequenz und Leben in Christus. Sagt die Evolutionslehre, dass der Tod ist der Weg zur Erweiterung und zur Entwicklung. Und dann brauchen wir keine Erlösung. Also die Christologie hängt damit zusammen, um diese Hochzeit zu bewirklichen, ist schon staunenswert. Aber dass christliche Organisationen oder christliche Mitglieder sich mit einer Organisation verbinden, die als Grundwert den Gedanken hat, dass es keinen Gott gibt, ist schon erstaunlich. Also was ist das Christentum dann geworden für diese Leute? Nichts anders als eine Kultur. Aber es ist nicht mehr ein Glaube. Und somit finden wir es für notwendig, um wieder einmal Anstoß zu geben für diesen Gedanken, dass Gott nicht umsonst hier zu uns herabkam und sein Leben hergab, sodass wir das Leben, das wir verloren hatten, wieder zurückbekommen konnten. Die Organisation und Dawkins mieten Busse in England, wo sie den Spruch anbringen wollen, es gibt keinen Gott. Aber die Verfassung ließ es nicht zu. Und so schrieben sie an die Busse, es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Und dann fällt es im Rahmen der Verfassung, die die Freiheit des Gottesdienst erlaubt. Jetzt, wieso sich so einsetzen für diesen Gedanken, dass die Evolutionslehre die einzigste Richtige ist und dass irgendeiner, der nicht diese Einsicht hat, irgendwie zur flachen Erdegesellschaft gehören sollte. Jetzt, ich kann verstehen, wie er sich fühlt, denn so weich war genauso. Wenn Studenten in meiner Klasse gesagt haben, Herr Professor, bitte, wir glauben, dass Gott... Ich glaube, sie kamen nie weiter als diesen Satz, denn Gott darf keinen göttlichen Fuß in die Tür hineinkriegen, wenn es kommt zur Wissenschaft. Und so war ich, wie er war. Und warum war ich, wie er war? Weil ich ein schiefes Gottesbild hatte. Ich hatte ein Bild von klein auf von einem rachsüchtigen Gott, der nichts besser wollte, als Menschen zu vernichten oder ewig in die Hölle zu verbannen. Und mit so einem Gott kann man nicht viel anfangen. Und wenn die Wissenschaft dann eine Alternative bietet, na ja, dann ist das besser als eine Ewigkeit mit so einem Gott. Ein schiefes Gottesbild, glaube ich, prägt diese Welt heute. Charles Darwin, zur Zeit, als er auf der Beagle um die Welt reiste und seine Theorie ausbaute, war ja auch ein Kleriker. Und er kam zu dem Schluss, dass, weil diese Finken auf den Inseln von den Galapagos-Inseln unterschiedlich waren und das eher eine Erscheinung war bei den, wie sagt man in Deutsch, Songbirds, Bürger, die singen, auf dem Festland und nicht Finken, dass das vielleicht eine Folge der Evolution wäre. Und ich würde sagen, ich würde genau das Gleiche denken, wenn ich er wäre heute. Denn er war ja geprägt mit dem Gedanken, dass Gott, als er geschaffen hat, unveränderliche einzelne Organismen in die Welt gesetzt hat. Unveränderlich. Aber ist das so? Hat Gott, als er diese Welt schuf und die Organismen schuf, sie so geschaffen, dass sie unveränderlich waren? Oder hat er in jedem Organismus eine enorme Variationskapazität eingebaut? Das ist die Frage. Mit diesem Gedanken, alles einzeln geschaffen, sah er genau das Gegenteil. Er sieht diese Variation und er sagt, das kann ja nur von einem sich so entwickelt haben. Und so kommt er auf diesen Gedanken. Es ist interessant, einige seiner Gedanken zu lesen, die den Anstoß gaben. Er schreibt hier an seinem Freund Dr. Arthur Gray, ich bin verwirrt. Ich wollte gar nicht atheistisch schreiben, aber ich muss gestehen, dass ich nicht überall so klar eine gütige Schöpfung erkennen kann, wie andere. Und wie ich es mir wünschte. Warum gibt es dann so viel Leid auf der Welt? Ich kann einfach nicht glauben, dass ein gütiger und allmächtiger Gott, Ich-Nomoniden, ganz bewusst so plant und schafft, das ist eine Gruppe Parasiten, dass sie sich in lebende Raupen einnisten oder dass er Katzen mit Mäusen spielen lässt. Also Darwin schaut sich die Welt an, er sieht Elend und Leid, er sieht Tod, er sieht Parasiten, die andere Organismen aussaugen und er sagt sich, das stimmt doch nicht überein mit einem Gott der Liebe. Und so wachsen die evolutionistischen Gedanken in ihn. Und das sind auch die Gedanken, die die Welt heute prägen. Aber wir vergessen ein Ding. Die Bibel sagt, am Anfang, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann kommen die Tage und er sagte, bei jedem, bei jeder Schöpfung, bei jedem Tag sagt er, es war gut. Wie gut? Sehr gut. Und dieser Mord und dieser dieser Zerfall und diese Parasiten, ist das gut? Ist das sehr gut? Nein. Darwin hat recht. Und die Brille, die er sich aufsetzt, sagt, das, was ich sehe, stimmt nicht überein mit dem, was ich hier lese. Aber vielleicht hat er nicht genug gelesen. Denn die Bibel sagt, etwas geschah, um diesen perfekten Zustand zu verändern. Ist das nicht so? Etwas geschah. Und er nennt es Sünde. Und dann wird die Schöpfung geändert. Es findet eine Veränderung statt. Die Pflanzen werden Dornen hervorbringen. Es werden Disteln erscheinen. Die Schlange wird auf den Bauch kriechen. Und natürlich all das andere, was damit dazukommt. Der Tod. Parasiten. Organismen, die andere töten. Fleischfresser. War es so von Anfang an? Die Bibel sagt ganz eindeutig, nein. Die Ernährung für den Menschen war alles, was Saat hat und die Bäume mit Früchten. Was war die Ernährung für alle Lebewesen auf diesem Planeten außer den Menschen? Was sagt die Bibel? Das Kraut der Erde. Das würde den Löwen einschließen. Das würde alle, die Carnivora, einschließen auf diesem Planet. Das war die Ursprungsernährung. Denn ohne Tod können wir keine Carnivore haben. Darwin wusste aber nichts von Genetika. Er hatte keine Ahnung von diesem Feld, denn es lag noch im Staube Mendels, da irgendwo in einem Kloster. Und in dieser Moleküle unserem DNA, wo die Information über was und wie wir sind, eingebaut ist, hat er nichts gewusst. Jetzt, ich möchte keinen detaillierten Vortrag heute Abend geben, weil das ist ja nur ein Einstieg. Wir sind auf DVD zu bekommen. Das Geheimnis des Lebens in Schlüssel wissenschaftlicher Argumente für intelligentes Design, das sind Wissenschaftler heute, die nicht immer einen persönlichen Gott akzeptieren, aber die behaupten, dass es so komplex vor sich geht in der Biochemie, in dem DNA und in der ganzen Komplexität von was und wie Leben ist, dass es ohne einen Designer gar nicht geht. Und so glauben Sie vielleicht an irgendeine Intelligenz, die Sie vielleicht nicht einen persönlichen Gott nennen, aber Sie haben sich schon von den absoluten Naturprozessen distanziert. Ich will jetzt nicht reden über die Einzelheiten und die Komplexitäten. Ich möchte nur ein paar Gedanken in den Raum schmeißen. Wir bestehen aus einem Genotypus und aus einem Phänotypus. Jetzt der Genotypus sind alle Gene, die im Zegoten anwesend sind. Also alle die Gene, die ich von meinen Eltern geerbt habe, die in mir drin sind, sind mein Genotypus, von dem nur ein Bruchteil zur Äußerung kommt und das ist der Phänotypus. Also das, was wir sehen, das, was wir sind, das, was wir im Spiegel sehen, ist der Phänotypus. Und das, was die Information ist, die in uns ist, das Buch, das ist der Genotypus. Jetzt gibt es ein Gesetz in der Evolutionslehre, das natürliche Auslese kann natürlich nur wirken auf der Ebene des Phänotypus und nicht wirken auf der Ebene des Genotypus. Ich brauche immer ein einfaches Beispiel, wenn man irgendwo in einem Naturpark spazieren geht und ein Löwe springt hinter dem Busch hervor oder ein Bär oder was es auch immer ist und zwei Personen spazieren und der eine ist schlank und stark und lang und der andere ist kurz und dick und ungesund und sie müssen wegrennen. Welcher hat die beste Chance zum Überleben? Natürlich der schlanke Fitte. Und darum muss man immer jemanden dick und kugelig rund mitnehmen, wenn man so irgendwo spazieren geht. Naja, dieser Löwe oder dieser Bär ist doch nur interessiert in den Phänotypus. Der ist klein und rund und kann darum nicht schnell rennen und der wird eher die Mahlzeit. Was noch sonst in den Genen geschrieben ist, geht diesem Bär oder diesem Löwen gar nichts an. So hier findet der Prozess der natürlichen Auslese statt auf dieser Ebene. Wir können also sagen, dass der Genotypus ist das Buch, das geschrieben ist und alles, was wir sind und was wir sein können, ist da drin geschrieben. Und die Information, über was wir sind, ist im Genotypus. Wenn wir das einfach machen, hier haben wir ein Buch mit Informationen über ein Flugzeug. Und wenn wir diese Information umsetzen, dann können wir ein Flugzeug bauen. Aber ich werde erst wissen, ob das Flugzeug fliegt, wenn ich was gemacht habe. Wenn ich es gebaut habe. Also, wie kam das Buch dann zustande? Nach Evolutionslehre jetzt. Wenn natürliche Auslese überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat, sondern sich nur interessiert in das Flugzeug, ob es fliegt oder nicht. Wie kommt das Buch zustande? Das Buch kommt zustande durch Zufall. Zufall. So, die Gene nach der Evolutionslehre sind über lange Zeit durch Zufall geschrieben worden. Was die Wahrscheinlichkeit davon ist, ist einfach grenzlos. Es ist unmöglich. Aber wie einige Wissenschaftler sagen, hier sind wir ja, also ist es passiert. Aber das Buch, das entstand durch Zufall. Nach Evolutionslehre. Aber wir wissen natürlich, dass dieses Buch geschrieben wurde durch einen Ingenieur. Richtig? Gut. Jetzt kommen wir, sagen wir mal, das Buch kommt zustande durch Zufall. Das Buch erscheint einmal durch Zufall. Wenn es auch zig Milliarden Jahre gedauert, ist egal. Da ist das Buch. Wenn das Buch erscheinen könnte, hätte ich dann ein Flugzeug, ja oder nein? Nein, ich hätte nur ein Buch. Ich hätte nur Informationen. Wenn auch all die Informationen für das Flugzeug in dem Buch wäre, ich hätte immer noch kein Flugzeug. Und wie lange müsste ich warten, wenn ich all die Informationen habe und ich lege das Buch dahin? Also wie lange müsste ich jetzt warten, bis ich endlich das Flugzeug habe? Ewig. Das sind Probleme, die in der Evolutionslehre vertreten werden. Aber jetzt wird es noch komplizierter. Wir als lebendige Lebewesen haben sehr komplexe biochemischen Aktivitäten in unseren Zellen, die absolut notwendig sind für das Leben. Und diese Mechanismen, wie sie auch alle heißen, Krebszyklus, Glycoges und so weiter, die erscheinen in allen Lebewesen. Ob das jetzt eine ganz einfache Zelle ist, ob das ein Wurm ist, ob das Echinodermata ist, ob das ein Fisch ist, ob das ein Säugetier ist, ob das ein Mensch ist, das ist egal. Und das heißt natürlich nur ein Ding, dass die allerkomplexsten biochemischen Aktivitäten in jeder Zelle von Anfang an schon da waren. Es konnte sich nicht langsam entwickeln, denn jedes Organismus hat es nötig. sogar das Primitivste und Primitiv gibt es sowieso nicht. Natürliche Auslese hat natürlich auch diese Notwendigkeit, dass wenn es zu einer Wahl kommt, wer ist mehr fit als der andere, dann brauche ich mindestens was. Danke, ich brauche mindestens zwei. Partei. Es hat doch keinen Zweck, ich gehe wähle in einer Wahl und da ist nur eine Partei. Die gewinnt doch sowieso, oder? Oder verliert oder was auch immer. Also Selektion gebraucht wenigstens zwei Organismen. Jetzt haben wir das Problemchen, dass wenn natürliche Auslese eins befördert und eins in die Extinction, in das Aussterben hineintreibt und das eine überlebt, das Survival of the fittest gegenüber dem anderen, was hat die natürliche Auslese jetzt eigentlich bewirkt? Ist da jetzt mehr oder weniger als was da vorher war? Nach meiner mathematischen Kenntnis ist zwei minus eins eins. So wir haben jetzt weniger aber natürliche Auslese ist der Mechanismus der mehr und mehr machen soll aber er ist ein Mechanismus der weniger und weniger macht also wie macht ein Mechanismus der weniger und weniger macht mehr und mehr Das ist doch eine komplexe Frage Ich habe sie schon oft in den Raum gestellt aber ich habe noch nie eine befriedigende Antwort bekommen Hier haben wir die Variation in der Hunderasse eine gewaltige Variation und kein Wissenschaftler darf leugnen dass das eine Art ist und wir haben da Tierchen wie solche ganz kleinen Pekinisen und so weiter und wir haben große Doggen und alle diese Gene sind verpackt in einer einzigen Art das ist schon sonderlich jetzt wie ist es denn möglich dass man aus einer wilden Rasse sagen wir mal der Wolf Rasse endgültig wenn wir sie auseinander züpfen alle diese Varianten hervorbringen können diese Gene müssen eingebaut sein in das Genotypus des Organismus und wie kommen sie da hinein wer hat sie denn da reingeschrieben nach Wissenschaft Zufall hat sie da aufgeschrieben und der Wolf wird nie die Information die in ihm sitzt die endgültig zu diesem kleinen Hund da führen kann notwendig haben das ist nicht in seinem Phänotypus aber es steht in seinem Genotypus wer hat es denn da reingeschrieben Darwin hat das nicht gewusst und wenn ich seine Finken betrachte dann ist die Variation die ich da sehe wesentlich weniger als diese Variation die ich hier sehe in einer einzigen Art aber er hat von DNA nichts gewusst ist ist es möglich dass ein Gott der Liebe so viele Varianten hineingeschrieben hat in das Genotypus oder den Genotypus deutsche Sprache schwere Sprache was auch immer der die das Genotypus wie viel Variation möchte er denn haben werden die beiden die genau gleich sind in allen Aspekten hier heute Abend bitte aufstehen meldet sich keiner was ist denn los Variation auf allen Ebenen ist es vielleicht möglich dass Gott ein Liebhaber der Variation ist und wir sehen diese Variation als nichts anderes als ein Beweis einer natürlichen Entwicklung ohne Gott aber da brauchen wir glauben dazu einen enormen glauben die Information die wir haben ist hier geschrieben in unseren Genen aber unsere Gene kommen ja doppelt zusammen denn wir haben ja einen Vater und eine Mutter und was soll das dienen nach Evolutionslehre um mehr Varianten in dem Nachwuchs hervor zu bringen mehr Varianten ja und wann kommt die natürliche Auslese ins Spiel erst wenn die Varianten da sind das heißt die Kinder müssen erst da sein aber was von der Notwendigkeit um die Gene so zu manipulieren dass diese Variation möglich ist wie ist denn das entstanden durch Zufall der natürliche Auslese kann nicht wirken auf der Ebene des Genotypus muss warten bis der Phänotypus da ist das ist ein mega mega Problem in der Evolutionslehre und dann der Mechanismus wie diese Varianten vermehrt werden ist absolut fantastisch die Chromosome müssen sich erst mal paaren und dann teilen sie sich in Chromatide und dann tauschen sie Information aus durch Enzyme genau reguliert nicht einen kleinen klitzekleinen Fehler und wenn da ein Fehler ist ist da noch eine Reihe Enzyme die Korrektur lesen und ausbessern und erneuern dass da ja kein Fehler kommt in Englisch haben die so einen schönen Namen Editase vom Edit vom Prüflesen Prüflesen ist das richtig so naja gut genug ihr werdet wissen worum es geht das ist erstaunlich ein komplexes System das dafür sorgt dass da keine Fehler kommen und jetzt kann ich nicht nur wie mein Vater oder wie meine Mutter sein ich kann eine Kombination sein ich kann wie Mutter sein ich kann ein bisschen Vater ein bisschen Mutter ein bisschen Mutter ein bisschen Vater sein und es wird mehr und mehr und mehr und mehr komplex bis da tausende Gene sich ausgetauscht haben und die Variantenmöglichkeit enorm ist ohne einen Fehler das ist das ist erstaunlich da man schaut sich die Welt an er sieht tot er sieht Dornen er sieht Disteln er sieht Katzen die Mäuse tot machen er sieht Parasiten er sagt sich das ist nicht eine Schöpfung der Liebe Gott sagt es war gut es war sehr gut so davon ist es nicht möglich dass diese Abänderung kam nach dem Sündenfall ist es nicht möglich ja hier haben wir eine neue Art Fisch die hatten keine Augen und diese Fische findet man in dunklen Höhlen Evolution eine Änderung ist das Evolution oder ist das Evolution er hat ja etwas weniger als die anderen die Augen sind weg aber das Interessante ist bei diesen Organismen die sich in Höhlen entwickeln verschwindet die Farbe oft die Augen verschwinden ob das jetzt Käfer sind oder ob das Salamander sind oder ob das was auch immer sind die Augen verschwinden und wie schnell verschwinden sie in Hawaii in den Höhlen manchmal nach nur acht Monaten sind die Augen komplett weg ist das Evolution ich glaube nein ich glaube das ist Deaktivation von Gensystemen ich gebe euch ein Beispiel eine Raupe ändert sich in einen Schmetterling der Schmetterling und die Raupe sehen doch total unterschiedlich aus ja oder nein jetzt wenn die Raupe sich geändert hat in einen prächtigen Schmetterling die Gene für Raupe Phänotypus sind sie noch im Schmetterling ja oder nein sie müssen da sein warum weiß ich das weil die nächste Generation wird wieder was sein Raupe also die Gene sind da aber wieso sieht der Schmetterling jetzt nicht mehr aus wie eine Raupe weil die Gene für Raupe abgeschaltet werden und dann werden die Gene für Schmetterling angeschaltet ganz einfach gesagt sehr kompliziert da haben wir einen Schmetterling also die Gene für Augen können die dann auch noch hier sein ja oder nein absolut sie sind nur ausgeschalten Darwin sagt Evolution die Evolutionisten sagen da ist unser Beweis Evolution ich sage nein das ist keine Evolution das ist Deaktivierung von bestehenden Gensystemen die dieses Tier jetzt in diesen neuen Umständen nicht nötig hat hat es nicht nötig wir können wir können die Brillen von Darwin aufsetzen oder wir können die biblische Brille auf die Nase setzen Gott sagt und Gott sah alles was er gemacht hatte und siehe es war sehr gut und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag ich kann mir die Blumen anschauen und ich kann sagen wow ist das ein Überbleibsel von wie es einmal war oder ich kann mir die Dornen und die Disteln anschauen und sagen das ist doch unmöglich dass es Gott war Schlange du wirst auf dem Bauch rumkriechen wir haben Maidechsen wir haben sogar Schlangen die Überreste von Beinen haben total entwickelt aber winzeklein und nutzlos Frage die Gene für Beine sind sie noch da ja sonst könnten sie sich ja nicht entwickeln und wenn eine Schlange die normalerweise keine Beine hat manchmal embryonisch Beine aufzeigt sind die Gene dann noch da ja oder nein ja sie sind nur ausgeschalten also irgendetwas hat sich geändert und diese Tiere sehen jetzt anders aus als vorher die Schlange kann mit Gift töten die Spinne kann mit Gift töten das ist Evolution nein das ist vielleicht nur ein veränderter Zustand denn die Drüsen die das Gift produzieren sind abgeänderte Speicheldrüsen vielleicht haben sie früher etwas etwas anderes gegessen und die Enzyme da reingepumpt um es zu verdauen und dann auf zu essen und es braucht nicht unbedingt tierisch gewesen zu sein aber es gibt doch so viele Tiere die nichts anderes als Schmerz verursachen wir haben Stechtiere und so weiter und Mücken und schreckliches Zeug das ist doch Evolution dieses Tier ist adaptiert um Blut zu saugen hat diese Bohrmaschine ich habe mehr Angst vor Mücken wenn sie still sind als wenn sie summen und da saugt sie Blut evolutionistisch adaptiert um Blut zu saugen Frage das Männchen oder das Weibchen welches saugt Blut ich bin ja auf gefährlichem Boden welches saugt Blut das Weibchen das Männchen saugt kein Blut es trinkt Pflanzensaft also der gleiche Apparat ist geeignet um Pflanzensaft zu trinken oder er ist geeignet um Blut zu saugen aber die Erde nach Bibel wurde verflucht um des Menschen Willen wisst ihr warum denn wenn die Erde so gut und fantastisch ist und alles bringt was man nötig hat dann hat man Gott nicht nötig und wenn wir Gott nicht nötig haben dann können wir vielleicht verloren gehen und so sagt Gott ich mache es schwer damit ihr mich nötig habt ich lasse es auch nicht regnen einfach nur so damit ihr mich nötig habt und dann möchte ich euch erlösen also ist es Evolution das ist jetzt Blutzeug das Weibchen oder hat diese Erde die nicht mehr bringt was sie vorher brachte und dass die Ernährung des Menschen ergänzt werden musste vielleicht ein Problem das wenn sie die Eier produzieren muss nicht genug Energie enthält und vielleicht es ergänzen muss durch Blut das reichhaltig an Energie und Nahrungsstoffe ist ist das ein Zufall oder ist das ein Zustand der sich entwickelt hat vielleicht nach dem Sündenfall ich frage nur ein paar Fragen ich möchte auch denken wie Darwin aber ein paar Gegengedanken bringen und diese Dornen und Disteln ist das neue Information nein das ist keine neue Information hier in diesem Kaktus ist der Stamm ist hier grün und wird zum modernen Blatt und diese Dorne ist ein umformtes Blatt und wird zur Dornen ich habe Bäume bei mir zu Hause und wir haben sehr viel Wind einige Monate und ich staune das sind Bäume die keine Dornen haben aber in diesem Wind wird er so geweht der Baum dass er seine Blätter verliert und kleine Äste ändern sich in Dornen ist er so geschaffen worden oder ist das eine Konsequenz dieser Umstände in der Natur heute hier auch das ist keine neue genetische Information das ist die gleiche Information aber anstatt dass das Blatt sich öffnet schrumpft es trocknet und wird stachlig damit es Wasser besser verarbeitet Parasiten ist eine Parasite eine neue Entwicklung die einen evolutionistischen Vorausgang darstellt oder wenn wir hier diesen Bandwurm betrachten der keinen Darm hat und der keine Augen hat und der fast keine Organe hat außer Geschlechtsorgane warum ist er denn so warum lebt er im Darm anderer Organismen ist das Vorausgang oder ist das Rückgang wenn er den Darm nicht mehr hat dann ist es doch etwas was er verloren hat nicht etwas was er dazu bekommen hat das ist doch nicht Evolution das ist Devolution ist es nicht interessant dass viele Parasiten die in ihrem Gastgeber reduziert werden manchmal zu nur Geschlechtsteilen in ihrem lawalen Zustand alles haben sie haben einen Darm sie haben Augen sie können schwimmen sie können essen fangen sie tun was alle anderen Tiere tun haben sie darum die Gene für Augen und Magen und Darm und Schwimmen ja oder nein müssen sie haben denn sie haben in der Larve haben sie diese Organe und dann wird es reduziert ich glaube die Gene werden einfach ausgeschaltet und wir sagen das ist der Beweis das ist Evolution das ist nicht Evolution das ist eine Folge der Sünde die Nahrung die vorher da war ist nicht mehr da und Tiere ändern ihre Lebensweise wenn wir die Pathogene studieren und die translozierte Species die es auf dieser Welt gibt dann sagen wir aber das ist doch Beweis dass da Evolution Mikroevolution ist denn jedes Jahr sind die Pathogene anders und wir müssen neue Impfungen bekommen und so weiter nie ist es neue Information das ist Austausch von Information Plasmiden genetische Information wird ausgetauscht eingebaut in einem Empfänger und dann ist da eine neue Variante und somit können wir sagen dass Immunität und Resistenz gegen Pestizide und Herbizide und Antibiotika entsteht nicht aufgrund neuer genetischen Materie das ist nicht Evolution da wird nie etwas Neues geschaffen nur das was schon existiert wird neu verbreitet aber meine lieben Leute es ist doch nicht möglich die Katze fängt doch die Maus und die Katze ist doch geeignet als Raubtier das kann doch jeder sehen und der Löwe der ist doch geeignet als Raubtier er hat die Schlagzähne er hat die Kraft er hat die Zähne um Fleisch zu zermalmen der ist doch ein fleischfressender Entwurf ja so die Katze spielt mit der Maus hier ist ein Bär der ist auch Carnivor klassifiziert und doch über 80% seiner Ernährung besteht woraus Pflanzen und vor allem Bären da kriegt er den Namen sowieso her und da ist der Gras und das ist seine Ernährung er ist manchmal ein bisschen von einem Grießgram und kann Menschen töten und hat die nötigen was auch immer um zu töten aber heißt das er ist entworfen worden zu töten der Panda Bär wird auch klassifiziert als Carnivor wegen seinen Zähnen aber was ist seine Ernährung Bambus ist es nicht möglich wenn wir diese andere Brille aufsetzen dass Gott vielleicht genug Erinnerung hinterlassen hat von wie es einmal war ist es nicht möglich und ich kann durch die Welt gehen und ich kann mir die Dornen und die Disteln und den Tod und den Mord und den Totschlag ansehen und ich kann verbittert an der anderen Seite rauskommen oder ich kann die Annebrille aufsetzen und sagen mitten in diesem traurigen Spiel hat Gott genügend hinterlassen um mir zu zeigen wo ich herkomme dieser Löwe ist ein prächtiges Tier die Augen sind hart und er ist doch geeignet nur als Karnivor ist es überhaupt möglich dass so ein Tier vielleicht mal was anderes gegessen hat er ist doch in seiner ganzen Anatomie ist er ein Raubtier sein Darm ist wesentlich kürzer als der Darm von Herbivoren ein Herbivor hat einen langen Darm relativ zur Körperlänge und ein Karnivor hat einen kurzen Darm relativ zur Körperlänge und ich habe Experimente gemacht und ich habe meine Studenten dazu veranlagt um mal diese Dinge zu prüfen sie haben gedacht ich spinne aber ich habe meine Ziele gehabt eine Studentin die hat mit Hühnern gearbeitet wo wir verschiedene Nahrungsmittel gebraucht haben um das Wachstum zu erläutern und einige haben Antibiotika bekommen und andere nicht denn wir wollten den Einfluss von diesen Antibiotikern auf Antibiotika Resistenz wollten wir untersuchen und dann fanden wir etwas Interessantes ich sage zu der Studentin wenn ihr fertig bist mit den Experimenten dann hol den Darm raus und hol ihn auseinander und miss genau wie lang er ist die sagt ihr geht wieso muss ich das machen weil ich so sage er ist die durchschnittliche Darmlänge das ist nur nach sechs Wochen die Hühnchen die Pflanzeneiweiß als Ernährung bekamen hatten den längsten Darm wenn ein Antibiotikum hinzugegeben wurde war er kürzer tierisches Eiweiß kürzer und wenn ein Antibiotika da noch dazu kam war es der kürzte Darm und somit haben wir alle die Organe gemessen und es war erstaunlich der Unterschied nur durch die Ernährung also wenn die Ernährung geändert wird kann der Darm wieder länger werden ja oder nein logisch ja diese Papageien ein Papagei ist ausgezeichnet geeignet um ein Raubtier zu sein er hat den Schnabel der ein Tier zermalmen kann er kann in den Finger mit einem bis Tick entfernen und hier ist der Berg Papagei und der frisst Pflanzen nämlich Wurzeln von einer bestimmten Pflanze und als diese Pflanzen entfernt wurden diese Bäume wegen Entwicklung in Neuseeland hat dieser Vogel seine Ernährung geändert geändert und er hat sich auf den Rücken von Schafen gesetzt und mit diesem Schnabel sich durchgefressen bis in die Niere und hat das Fett um die Niere gefressen jetzt wenn du einen Neuseelander böse machen willst dann tötest du seine Schafe schnell hat man die Bäume wieder gezeugt und angepflanzt und das Problem war vorbei wenn Darwin gekommen wäre und der Baum hätte irgendein Virus irgendwann mal bekommen und wäre ausgestorben und er hätte diesen Papagei gesehen in seiner veränderten Form hätte er gesagt Evolution nein Adaption er hat sich geändert wegen den Umständen so nebenbei was in so einem Papagei los ist ist bemerkenswert ich habe jetzt einen Papagei zu Hause meine Frau und ich und ich dachte die plappern nur hinterher die plappern nicht nur hinterher die sind absolut erstaunlich wenn dieser Papagei schlafen will dann macht er so mit den Flügeln und dann sagt er dein Name ist Sam sagt er Sam bisschen schlafen und dann machen wir ihn zu und dann ist er ganz glücklich morgens früh liegen wir im Bett da hören wir den Papagei aufmachen aufmachen dann machen wir er hört nicht auf bis er aufmacht wenn wir den Schlüssel aufheben dann sagt er geht's ein bisschen mit geht's ein bisschen mit also das ist schon mehr als nur hinterher plappern wenn wir essen dann ist es ein Zinnober ein Flappen und ein hin und her sagt er herrliches essen und er hört nicht auf bis er was kriegt dumm sind sie nicht ist es nicht möglich dass wir eine andere Brille uns aufsetzen können und sagen hier ist Beweis der Liebe und der Zärtlichkeit wir können die Dornen und die Disteln uns anschauen wir können aber auch einen Sonnenuntergang genießen nicht gerade jetzt in Deutschland aber bei uns in Afrika und sagen wow was für ein Schauspiel die Bibel sagt in Jesaja 11 Vers 6 bis 9 da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen das Kalb der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Klabe wird sie treiben die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden in der neuen Erde so war es ursprünglich etwas kam zwischen rein und so wird es sein nach Bibel in der neuen Welt und sie werden zusammen lagen und der Löwe wird zum Vegetarier der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind ich habe die Geschichte erzählt wir hatten gerade vor kurzem am Fernsehen in Südafrika diesen alten Mann der ewig mit Löwen zusammenlebte und er hatte einen Löwen der schlief mit ihm auf dem Bett aber der Löwe hatte schrecklichen Mundgeruch und an der anderen Seite war da auch ein Problem und dann hat er gedacht er stellt den Löwen um und er hat den Löwen umgestellt auf vegetarisch und der Mundgeruch verschwand der andere Geruch nebenbei auch und er hat doppelt so lang gelebt wie seine anderen Löwen und die Hautkrankheiten und alle diese Dinge die die anderen hatten hat er nicht bekommen das ist faszinierend also dieser Löwe wird Stroh fressen wie das Rind der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und er entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken sie werden nichts Böses tun noch verderbt Handel auf dem ganzen Berg meines Heiligtums denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn wie die Wasser den Meeresgrund bedeckt ein Gott der Liebe der genug Zeichen gelassen hat damit wir ihn erkennen können wenn wir wollen ich verstehe David und ich verstehe seine Brille weil ich lebe auch in dieser Welt aber ich verstehe auch die Bibel so ein bisschen und ich hoffe dass ich Gott ein bisschen besser kenne als ich ihn kannte als ich Atheist war und ich möchte sagen dass sogar in den schlimmsten Raubtieren hat Gott noch etwas hinterlassen damit wir ihn erkennen können und damit wir sehen können wie es einmal war und hier ist eine schöne Geschichte von einem jungen Löwen der in irgendeinem Zoo war und der junge Löwe wurde geboren und jemand in Amerika hat diesen Löwen gekauft und dann wurde er zu groß fürs Haus dann hat er bei der Kirche im Hof gespielt und dann wurde er zu groß und dann haben sie nach Afrika entgültig hatte er seine eigene Truppe und war voll integriert wieder nach einem Jahr haben sie gesagt sie möchten ihn gerne besuchen und die Wildbewährter haben gesagt nein das geht nicht der ist voll integriert das ist zu gefährlich aber sie ließen nicht nach und gingen trotzdem und wir schauen uns mal an matt ich fin le auch ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber bitte nicht sagen von deinen neuen Erkenntnissen. Und ich hatte immer noch nicht die Antworten, ich hatte nur die Fragen. Und diesen kleinen, kleinen Glauben, nichts anderes. Und ich habe gehadert mit diesem Gott, den ich noch nicht wirklich kannte. Und ich habe zu ihm gesagt, wie soll ich das alles erklären? Ich habe nur diese Fragen, die keinen Sinn machen, aber ich habe keine Antworten. Hilf mir. Ich war gerade angestellt bei dieser Universität. Dann brach in Südafrika der Chaos aus. Und die Universitäten mussten schließen. Und fast hätten sie mich sogar ermordet an dieser Universität. Ich war auf jeder Zeitung auf dem Vorderblatt mit Studenten, die mich zerquetschen wollten. Unheimliche Ereignisse. Und dann wurde gesagt, die Universität ist geschlossen. Und ich hatte eine Einladung nach Amerika. Und die konnte ich nicht aufnehmen, weil ich wieder bei der Universität war. Und jetzt war die Universität geschlossen. Und ich konnte plötzlich gehen. Und der Professor da sagte, also ich sagte, was muss ich jetzt machen? Ich bin jetzt angestellt hier. Nur so als Aushilfe. Aber wann öffnet die Universität? Er sagt, sechs Wochen. Genau die Zeit, die da war für diese Einladung nach Amerika. Und da fing mein Erlebnis an. Ich habe die Gelegenheit gehabt, zu all den paläontologischen Plätzen hinzugehen, den geologischen, die größten geologischen Dinge auf dieser Erde. Und allmählich kam eine Antwort nach der anderen. Und so füllte Gott mein Leben mit diesen Antworten. Und ich fing an, Vorträge zu geben. Der Widerstand wurde immer mehr. Und man würde meinen, wenn man öffentliche Vorträge gibt über Evolutionslehre, dann ist die Universität, der Universitätsberuf damit hin. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Wenn man dieses Verhältnis mit Gott aufnimmt, dann hat das etwas an sich, was man nicht erklären kann. Wir hatten Zeiten, wo wir nichts zu essen hatten. Denn ich hatte ja keinen Beruf mehr. Gott hat immer gesagt, dass da Essen auf dem Tisch ist. Ich kann mich so gut entsinnen. Wir haben einmal gebetet. Meine Kinder saßen da. Die ganze Familie hat gesagt, der spinnt, der ist durchgedreht. Und wir haben gebetet und gesagt, Herr, danke für das Essen, das wir jetzt bald von dir empfangen werden. Und dann kam ein Telefonanruf. Sofort nach dem Gebet. Jemand hatte in einem Korb Essen an die Vordertür gestellt, wovon wir nichts wussten. Und das Essen kam auf den Tisch. Und so kleine Erlebnisse. Wenn es nötig war, war Gott immer da. Dann haben wir erlebt, wie Gott einschreitet in ein Leben. Und wenn man denkt, das, was man tut, ist eigentlich Selbstvernichtung, dann sieht man, wie Gott das Unglück in einen Vorteil umtritt. Diese Person, die krank war, blieb weg für ein ganzes Jahr. In diesem Jahr habe ich Forschung begonnen. Und ich hatte ja diese gewaltige neue Interesse in Ernährung und alle diese Dinge. Und ich fing an mit Versuchungen über Ernährung. Darum mein medizinisches Leben fing da eigentlich erst an. Und Experimente wurden gemacht und mehr und mehr und mehr Studenten kamen dazu. Ich hatte nachher so viele Studenten, ich wusste nicht mehr, wohin damit. Und gerade diese Universität war die Universität, die vorher unterdrückt wurde unter dem Apartheid-Regime. Und jetzt geschah genau das Gegenteil. Ich habe die große, wichtige, weltberühmte Universität verlassen und bin zu dieser. Und das Bild drehte sich. Diese Kleine wurde groß. Die Menschen im Parlament kamen alle aus dieser Universität. Und plötzlich wurden die medizinischen Abteilungen zu dieser Universität übertragen. Und die, die unterdrückt wurde, wurde mächtig. Und die anderen wurden unterdrückt und wurden immer kleiner. Das Bild hatte sich gedreht. Und so viele Studenten studierten unter mir, dass binnen vier Jahren hatte ich nicht nur wieder das eingeholt, was ich verloren hatte, trotz dem, dass ich sagte, ich glaube an einen Schöpfergott. Und da war ich schon wieder Professor, Abteilungsleiter von der ganzen Zoologie. Trotz meines Glaubens. Das war nicht einfach. Dreimal hat man mich verklagt. Und die letzte Anklage war die interessantste. Man kann nicht Wissenschaftler sein und gleichzeitig an Gott glauben. Kann man sich das vorstellen? Man kann nicht Wissenschaftler sein und gleichzeitig an Gott glauben. Aber die Verfassung in Südafrika erlaubt Freiheit des Glaubens. Also wurde diese Anklage beiseite gelegt. Aber inzwischen hatte die weltberühmte Royal Society von London diese Forschung von uns entdeckt. Und durch diese Universität wollten sie ja wieder Südafrika aufrichten. Und so wurde ich gewählt von der einzigste Biologe in ganz Südafrika, der Geld von der Royal Society empfing, die Forschung. Und somit war ich fast der meist unterstützte Wissenschaftler im biologischen Bereich in ganz Südafrika. Wenn Gott einschreitet in ein Leben, dann ändern sich die Situationen total. Ich habe geglaubt, mein Leben ist vorbei, wenn es kommt zu meinem wissenschaftlichen Ansehen. Denn ich habe mich entschlossen, ich bekenne mich zu Gott, ich bekenne mich zu seiner Schöpfung und ich werde nicht, um mich zu fördern, was anderes darstellen. Und was hat Gott gemacht? Er hat das Bild umgedreht. Es lohnt sich, auch noch in unserer Zeit, um zu sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, so hilft mir Gott. Und heute glaube ich, dass dieser Gott in jedem Leben gegenwärtig sein möchte. Nicht nur als Religion. Religion ist langweilig, es gibt viele Religionen. Aber diesen lebendigen Gott kennenzulernen, der wirklich Hand an Hand durchs Leben geht, diesen Gott hat die Welt verloren. Und sie muss ihn wiederfinden. Es ist mein Gebet, dass wir heute nicht nur Wissenschaft reden, dass wir heute nicht nur Religion beüben, dass wir nicht nur Kirchenbänke voll sitzen, aber dass wir eine lebendige Beziehung wieder zu diesem Gott bekommen. Denn die Welt hat es so nötig. Ich möchte Gott euch ein offenes Herz heute Abend geben und eine freudige neue Begegnung mit ihm. Danke. Applaus Danke. 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 Danke.